Stürzeck Nein, das ist der Limmkirch Limmkirch Volker Stürzeck Ihr kennt ihn Ja, sehr schöner Schwung Stürze Danke Hey Stürze 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 So, Max Reiter zum zweiten Mal. 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 Ja, könnte aber auch sein, dass es ein ganzes Problem ist, wenn man die IT anruft. Also genauso funktioniert das auch beim Eco-Sack. Ausschalten, einschalten, aber ich glaube, ein Reset dauert ein Pass. Auch bei dem Schub, wo der Dreck jetzt da auf der Straße liegt, genau auf die Straßenkante. Welche hätte er drüber können? Schade. Er hat mir noch zu gepackt. Normalerweise ist jetzt schmutzig, ja. Genau auf der Lehrkante.